Untertitelung des ZDF, 2020 Seid ihr schon zu Gange? Hallo Gabriel! Grüß der Opa! Hallo Birgit! Hallo Gabriel! Hallo, Mama, hallo, hallo! Gabrilein! Gabrilein! Du bist so nass da draußen, du musst hier drunter kommen! Mach mal ein schönes Mützchen ab, so! Oh, toll! Toll ist er! Oh, schön! Mach der Opa Richard von dir ein Bild! Gucke mal! Mach der ein Bild von dir, Schatz! Ja, hm? Ah, ich muss er gucken! Ah, ich muss er gucken! Hört sich nicht! Das ist ein Lümmelgefäß! Hör mal, schönen Dank für die Puppe und so weiter! Ja, und so weiter! Ihr sollt entscheiden! Ihr sollt entscheiden! Was denn? Was macht's? Was macht's? Es ist scheinbar! Aber jetzt habe ich ein Schuh hier oben! Oh, das ist gestohlen! Haben wir hier gekauft heute! Aber bin ich nicht mit da drauf! Oder sind die streckig? Das ist ein bisschen sauber! Was? Du musst ein bisschen mein Wasser abschütten! Es war halt! 9.50 Uhr! Das ist ein bisschen sauber! Ich habe auch was gemacht! Da habe ich hier einfach! Das klappt! Hatte da keine Lust auf Schützenfestlande Lilo? Nein! Ich habe überhaupt keine Lust mehr für die Finger zu rein! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Kannst du die Tür mitbringen? Ja! Ich habe auch... Hm? Warte, das ist richtig! Der kriegt einen ganz anderen... Ja, den brauche ich aber schon! Den brauche ich aber schon! Den brauche ich aber schon! Den brauche ich dann nur die Tür noch zu zu machen! Ach, Männchen! Trotz unserem Klamotten! Das ist dann ja! Oh, siehst du denn? Richard! Wie in der Ecke da hinten! Boah! Sag mal, Birgit mag Tempo! Ja, ja! Das war Sabine... Ich gebe ihm das nicht immer! Ich gebe ihm das nicht immer! Ich gebe ihm das nicht immer, weil... Ich meine, den Kompot kann er essen! Aber so Schokolade, ne? Der war nicht so krank! Richard! Das ist doch so auf Frauenfilm, weißt! Der war ja auch schöner früher! Heute ist nicht mehr so schön! Man sollt, wäre die mehr schön! Wenn ich mich dann im Fernseher sehe, denkst du ihn lieb! Ja, ja! Das denk ich, er geht schon! Ja, ja! Das ist Astral! Die Eier geht! Die Eier geht! Die Eier geht! Nein! Ich war im Mai auf eine Bevorfahrt von der ehemaligen Schülerin! Und die rief mich vor, geht dann an und sagt, wir sind nur... Du, 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 du! Also Hildegard, was hast du einen schönen Kaffee für dich gedeckt? Das sagten sie! Der Holländer Käse ist das Beste! Ja! Ich stehe! Ich will den Kaffee nicht so dünn! Guck mal! Jesus! Dann riecht er uns auch nicht so auf! Nein, der Kaffee ist heute nicht so dünn! Gabriel! Gabriel! Gabriel, komm, wohl ein Bild machen! Ich danke Lilo! Ich danke Lilo! Gabriel! Ja, dein Bild! Ich danke Lilo! Ich danke Lilo! Ich danke Lilo! Komm! Lilo! Komm! Mökelchen! Bömmelchen! Zieh die Tür eben ein bisschen zu! Vielleicht hilft es doch etwas! Guck mal! Richard macht Fotos! Sie sollten ihn doch auf, oder nicht! Kham! Hallo! Que bella!